Ja hallo, hier ist Udo Lindenberg und ich bin ja diesmal nicht in meinem schönen Hotelzimmer, sondern ich bin heute bei Marc Cox hier und wir spielen GTA San Andreas, klar? Ja, äh, mein Name ist Marc Cox hier und in mir sitzt Udo! Ja, übrigens, Udo findet meine Lache richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss euch noch eine Geschichte erzählen und zwar, ich hab hier gerade so Amazon Prime runtergeladen und das muss ich mal gucken, ob es vielleicht Großstadt-Revier auch gibt. Ja, Udo, das fände ich super, wenn es das da auch gibt. Ja, klar, ich könnte Großstadt-Revier auf jeden Fall empfehlen und das von so einem großen Promi wie mich, da könnte ich schon meinen runterladen. Ne? Ja, so ist es, Udo, du sagst es. Das muss ich gerade mal gucken, ne? Sag mal, hast du eigentlich Backstage-Karten zum Verlosen für unsere Fans? Ich könnte ja die komplette Halle voll machen, Fans. Ja, Udo ist halt der Beste, ne? Udo, geh mal ein Joint her. Kein Problem für mich. Ne, halt eine Zigarre. Entschuldigung, du hattest ja mal Joints geraucht, ne? Ja, auf jeden Fall finde ich es ziemlich cool, dass der Udo hier mit mir sein, Andreas zockt. Ja, wir haben jetzt ja schon drei Millionen Abonnenten in dem letzten halben Jahr gemacht. Da hat Udo gedacht, Mensch, da muss er mal mitmachen. Udo, soll ich dir was sagen? Das ist wirklich Ken Rosenberg. Da steht nämlich, bring Ken dort und dorthin. Guck mal, Udo, das ist Ken Rosenberg. Das ist Ken Rosenberg. Und wie heißt unser Spruch bei Ken? Ja, wenn du Ken, Kenst, Kenst du Ken. Ja, auf jeden Fall lernt euch mal Amazon Underground runter, Amazon Prime, Amazon Video und dann auf jeden Fall guckt euch Lucifer. Ja, das hier war jetzt übrigens einer der Chipmans, die heiligwein wir sind, der Chipmans-Synchronsprecher Dilbit. Ja, Chipmans, nicht? Ich greif dich nicht an, wenn du noch einmal Chipmans sagst. Was ist denn da los mit uns? Ja, lös mal auf, wer bist du wirklich? Ein Psychopath aus der Psychiatrie. Leider bin ich nur Tramp und ich habe leider keine Karten und... Ihr seid auch gar nicht unsere Fans. Aber Amazon Video haben wir wirklich, Amazon Video. Ladet euch Amazon Video. Dieses Video ist nicht von Amazon Video gesponsert. Ladet euch Amazon Video. Jetzt wird es spannend. Komm. Ich bin der Boss, ich bin der Boss, ich bin der Boss, ich bin der Boss, ich bin der Boss. Ja, ja. Ich komme jetzt zu dir, ne? Jetzt wird es interessant. Ich glaube, wir jagen den jetzt doch den Fleischwolf. Ja, jetzt wird es krass. Mach dir Stöpsel rein. Blau rein. Andersrum. Du bist links, ich bin rechts. Das ist Ken Rosenberg. Das sieht irgendwie anders aus. Der ist ja noch ein bisschen jünger, der Trottel. Shit, das kann nicht so gut sein. Listen. Everything gonna be okay. Just remember. Everything gonna be alright. Gibt es ja auch so ein Lied, it's a be okay, ne? Amna. Amna Boss. Amna Boss. Amna. Ja, genau. Amna Koi. Ken Rosenberg. Ken Rosenberg. Ken Rosenberg. Es ist Ken Rosenberg. Ken Rosenberg. The guy that runs this town. Und Vice City. Ich hab doch schon am Anfang angesagt, dass es Ken Rosenberg. Ja, aber das... Ja klar, es war vom Gesicht schon ähnlich, aber die Haare haben mich irgendwie irrationalisiert. Das sieht aus wie Cristiano Ronaldo und alt. Stimmt. Wir müssen doch auch immer mal durch den Schlachthof ziehen. Das weiß ich nicht. Weißt du, weißt du, ne? Mein Genial Ronaldo. Der fragt ihn bestimmt. Hey, alles gut mit dir? Ja. Du, ich glaub, ähm, wenn ich den nicht so ganz objektiv betrachte, der ist tot, ne? Mhm. Mhm. Ah, manakoi. Hoch die Hände, Wochenende. Abriss Party. Keine Ahnung, ich kenn den Text nicht. Ich kenn nur... Ich auch nicht. Ah, manakoi. Ah, manakoi. Ja, jetzt? Was ist hier los? Was ist denn das? Oh, es ist slow motion. Ich hab doch gewusst, aber irgendwann ziehen wir noch jemanden durch den Schleichwulf, klar. Hallo Trampelti steht da drauf. Und der Bosch, Bosch muss man auch angucken. Was ist das für ein Trottel? Das ist doch ein Vollidiot. Ken, das Feuer ist aus! Ich muss dir eins sagen. Was? Ich versuche das, ich gehe im Eis. Cool, dann sind das ja alle Staffeln, weil sie nur zur Koleipzig sind. Was haben sie gesehen? Was haben sie gemacht? Nichts! Mein Schlaf! Jetzt gehst du sie! Ja, in dem Fall gibt es auch Notrufhafenkante und 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 auch noch. Das gibt es wahrscheinlich alles. Ja. Du kannst alles angucken. Ich könnte ja gar nicht aufhören. Tour in the Halfman gibt es bestimmt auch komplett alles. Ja. Es ist geil. Ich bin niemals wieder trug, niemals, niemals, niemals. Alter, ich hatte 67 Staffeln. Tour in the Halfman? Ja. Ja? Oha. Das kann... Sagen? Ne, stimmt gehört. Das kannst du in Englisch und in den angucken. In Englisch. In Englisch. Gut, Rosenberg, Komizu Casino. Steige auf. Das ist anders und Brian, ganz ehrlich. Ich will gerade nicht. Geil! Geil! Ja, genau! Ich hab den schon lang. Give me the class. Seitdem ich Großstadtrevier gehört hab. Ja, du musst, du brauchst einmal zum Beispiel. Ja, aber ich bin kein Student. Das gilt ja nicht für Auszubildende, ne? Nur für Studenten. Ja, ich glaub schon. Ja. Jetzt hab ich dann meine ganzen DVDs gekauft. Kann ich alles verkaufen. Du brauchst keine Ahnung. Du brauchst keine Ahnung. Vor allem, du kannst das alles auch auf dein Handy runterladen und dann ohne Internet auch noch angucken. Oh, apropos runterladen. Guck mal, ob's da Norman Normal und sowas gibt. Die alten Kinderserien. Das ist ja jetzt interessant. Norman Normal. Norman Normal. Ja, genau. Sag's mal nochmal. Geh da rein und sein ganz cool was kannst du gerade von der netten Pony. Ne, das gibt's nicht. Guck mal nach Momo. Momo und die graue Herren. Es gibt Momo, der Film. Ja, den kenn ich schon. Der ist alt, ne? Ja, guck mal kurz nach Contouring 2. Hast du schon geguckt, ne? Das kannst du alles downloaden und deine Nachnamen angucken. Ist halt auch geil. Ja, wo, was, was kannst du downloaden? Ja, das Video. Die Serie. Die Serie. Was von der Serie Norm Normal. Nein, alle Videos, die du da zum Prime hast, kannst du runterladen und dann offline angucken. Allerdings nicht am PC, sondern nur auf Smartphone und Handy. Tablet? Auch. Smartphone und Handy ist auch gleich. Ich wollte auch Smartphone und Tablet sagen. Also jetzt machen wir erst noch hier. Toll, wieder ein Anruf. Wir kriegen wieder Mission über Mission. Also Timpani machen wir zum Schluss. Wir machen jetzt erst hier dieses Casino fertig. Das haben wir gerade fertig gemacht. Ich werde gut sein. Das ist nicht schön. Gibt es da überhaupt nur eine Mission oder zeigt es nur hier das Casino an? Nein. Mission. Was ist das für ein Geist? Nee. Mach geile Bewegungen. Fisch in a Barrel. Fisch in a Barrel. Fisch in a Tonic heißt das glaube ich. Fisch in a Barrel. Fisch in a Tonic heißt das glaube ich. Das habe ich gar nicht gedacht. Der zieht Koks. Maschallah. Maschallah. Was heißt das eigentlich? Ich schwöre ja. Maschallah. Das war's oder? Speichern. Mission beendet oder was? Hä? Weiß ich nicht. Wer die lesen sollen. Ja? Das war ja eigentlich keine Mission. Das war nur ein... Dinner. Motherfuckers. Motherfuckers. Do you love motherfuckers? Do you love motherfuckers? Was ist? Wieder eine Serie oder? Wie groß sind dann die Dateien die wo du downloadest? Also... Mr. Robot hat glaube ich 300 MB durchschnittlich. Geht oder? Toll. Jetzt können wir das Ei nochmal machen. Super. Das war's noch gar nicht. Jetzt gibt es hier drei neue Missionen. Einmal das D. Einmal das Iron. Einmal C für Timpani. Timpani. Ich find's blöd, dass es Normen normal und so da nicht gibt. Das ist wirklich blöd. Weißt du? Oder Ding wird's dann auch nicht geben. Wunschpunch, oder? Nee. Nee. Das ist... Das gibt's nirgends. Das gibt's nicht mehr auf DVD. Das hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Weißt du? Amazumo muss ja auch für jede Serie Rechte zahlen. Das lohnt sich, wenn die wir haben. In dem Fall läuft Großstadt-Revier gut, ne? Wenn sie da die Rechte zahlen. Oh, guck mal noch nach Einfall für zwei. Also das neue Einfall für zwei. Ah, mit ähm... Antoine Monod Junior und Vanya Muse. Monet. Ha, Vanya Money. Ja, dann gucken wir mal, was das hier für eine Mission ist. Einfall für zwei. Oha. Free Fall. Ah, jetzt da. Well, well, well. Was haben wir hier? Stoffel zwei. Hier ist dein Sandwich. Wer ist diese schöne Sache? Ich mache nicht immer diesen typischen Scheiß, du weißt. Taktik. Nein. Ich mag dieses Mädchen. Was ist dein Name? Maria. Ja gut, die neue, da weiß man ja nicht mal, ob's noch im Fernseher ausgespielt hat. Unsicher, oder? Ja. Da war ja schon eine zweite Staffel, die war ja schon umstritten. Der Lehrer! Guck mal, ob's der Lehrer gibt! Bestimmt! Are you kidding me? See you later, guys! Bin mir nicht sicher, ob der ACL da die Rechte freigibt, wenn die wollen natürlich auch, dass die Leute auf ACL gehen müssen. Ach so, ja natürlich! Ich mag das! Okay, was kann ich für dich tun? Well, ich kann nicht mehr für mich, ich bin ein Streitkiller! Ne, aber der Lehrer gibt's! Sprachlein ist hier! Geil! Kann man da auch XY angucken? Ne, ne? Das wär's jetzt ja noch, ne? Hast du das letzte Mal angeguckt? Äh, ne? Es kommt aufgrund von Olympia an einem Donnerstag das erste Mal in der Weltgeschichte. Ja! Du stehst, wo du bist, Rosenberg. Ich weiß nicht, was kommt immer. Äh, ne andere Serie, die ich anguck, was? Wie heißt der? Gib die zum Flughafen. Der weiß es nicht mal! Ja, das ist der V-Führungseffekt. Das ist der V-Führungseffekt! Ja, das ist der V-Führungseffekt! Oh, klar! Nein! Yes, baby! You make this! You make this! You're gonna be alright! You're gonna be okay! Nein, aber noch so'n Flugzeug! That's, that's genau your thing! Du kannst doch mit dem Ding richtig gut fliegen! Hast du doch die letzte Male! Das ist Ironie! Isotonie! 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 Ist doch ein super Sportflugzeug! Du kannst gerne! Das geht wirklich gar nicht schlecht! Was müssen wir jetzt machen? Irgendwas mit Killer! Oh nein, die Mission die kenne ich auch noch. Da müssen wir raus aufs Meer, die ist kacke. Müssen wir da nicht sogar auf dem Flügel... Hesoyam! Da müssen wir doch raus und dann auch eine gewisse Höhe erreichen. Da hat man auch ein Problem damit. Aber das Ding lässt sich gut fliegen. Relativ. Der Galaxy of Heroes stirbt auch langsam aus. Was? Spiel, oder? Ne, das Spiel. Wieso das? Was heißt das? Also auch die Gilde. Weil du nicht mehr mitmachst. Ne, ne, weil die anderen auch keinen Bock mehr haben. Ja, dann müssen sie ja auch was ändern. Wenn das mehreren Spieler so geht. Ja, die haben jetzt... Das neue Update hat das alles vergessen. Können sie ja immer wieder zurücksetzen. Ja, das machen sie ja auch. Das machen sie ja auch nicht. Wieso? Ach Gott. Du jetzt. Weißt du, ich kann ja nicht mal ein Fahrwerk einfahren. Du warst doch gerade auf richtiger Höhe. Ne. Doch! Ne, ich muss hoch. Du warst doch gerade auf richtiger Höhe! Nein! Doch! Der Pfalzer... Jetzt bin ich auf der richtigen Höhe. Ja, das war vorher auch schon. Echt? Ja. Du fliegst immer so hoch, runter, hoch, runter. Ja, wie soll ich sonst machen? So, ne? Ja, so ganz langsam hoch. Wie auch schon mal gemacht. Muss nur runter. Ja, aber ich seh ja noch nix. Ja, sag mal, wie weit muss ich da jetzt noch rausfliegen? Sieht professioneller aus. Hä? Hätte ihm denn jemals zugetraut. Und was, wenn wir das das... Jetzt hab ich's... Da ist es. Ich weiß es noch. Nein! Hast du gut gemacht. Ja, jetzt muss ich nur noch da rein, Mensch! Ich weiß es noch. Da komm ich jetzt... Da komm ich nicht mehr hinterher. Ich hab verkackt. Das Problem hatten wir nämlich schon mal. Wir sind hinter dem Scheißbock nicht mehr hergekommen. Doch, doch. Du kommst dran. Sagt wer? Ich. Das, was du sagst, stimmt nie. Wenn du so fliegst, aber nicht. Es ist hoch, runter, hoch, runter. Wir können jetzt ja mal Waaghalsiges machen. Was machst du denn jetzt? Ich komm gut dran. Ja, wobei... Nee, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg! Was fliegst denn du da für'n Scheiß zusammen? Siehst du doch? Siehst du doch? Nein! Nein! So, das war's, oder? Nee. Doch. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaub. 20 Minuten. Okay, das war's. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen gleich einen Cut und dann sagen wir einmal... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo. So. Genau, jetzt sind ja noch zwei ruhige Minuten Gameplay und dann war's das. Denn die haben nicht beim Schneiden den Ton verkackt. Das war's. Und das ist auch ein Pfeil. Das war's. Jetzt ist ja noch zwei ruhige Minuten. Ich bin alle ruhige Minuten. Ich bin alle ruhige Minuten. Ich bin alle ruhige Minuten.